Hallo Leute, willkommen zurück bei Läscher Sweet Larry mit der lieben Axley. Hallo, Peoples und Stinke Socks. Stinke Socks, Socks, so eingesockt? Nein, seid ihr natürlich nicht. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben in der letzten Folge unser schönes Parfüm hergestellt, das bestimmt total eklig riecht, aber wir haben ein Parfüm für unsere Jasmin. Das heißt, wir können zurück zum Süßesfall. Zurück, genau. Aber das Ding ist, ich weiß nicht mal, Jasmin-Duft, das sagt mir gar nichts. Hier schon? Ja, noch nie gerochen. Vielleicht schon gerochen, aber nicht bewusst, dass es Jasmin-Duft ist. Ist aber schwer zu erklären. Nitroglycerin-Fabrik, bitte leise fahren. Und wieder zum Fahren Gas geben. Ja, das hatte ich auch schon. 22, nee, ist klar. 24 will er von mir, der Ball. Haha. Aber ist okay. Ja, du, ich hab mehr, weißt du? Ach, deswegen. Weil du was Höheres bist, musst du mehr zahlen. Ich stinke vor Geld, weißt du. Naja, stinken tut er sowieso. Ja, meine, ich hab auch Chalisterine mehr. Ich schon noch. Hast du zu viel benutzt? So, zweiter Stock müssen wir haben. Immer wenn einer gesagt hat, du stinkst. Echt jetzt? So oft? So, wir brauchen unser Schlüssel. Ja, hoffentlich ist die jetzt da. Aber ist... Warte, ich bin auch nicht so weit. Oh, ich bin schon reingegangen. Hast du etwas für mich? Oh, ja. Dein Atem. Hey, du bist viel zu schnell. Hast du ein überfahrenes Tier gegessen? Nee, ist klar. Wo bist du? Bist du schon drin? Ja. Ah, da ist sie ja wieder. Ja. Sag mir, wann du ihr die Flasche geben möchtest. Okay, ich latsch mal zu ihr hin. Wenn er mal gehen wird, der Ball. Also, ich hab die Flasche schon in der Hand. Ja, sie setzt mich unter Druck. Und jetzt drück ich drauf. Latsch, latsch, latsch. Und ich weiß nicht, warum ich mit der Maus genau in ihrem unteren Bereich bin, aber okay. Ja, gut. Ja, okay. Ja, los. Habt ihr mal. Eins. Was ist das? Oh, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Seid schon ewig. Wie er lügt. So wird er ja nie einen finden. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, ob sie stirbt. Oh. Tabasco? Jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt kriegen wir auch Stress, weil mein Wal wehgetan. Denk ich auch. Oh je. Oh nein. Das kannst du doch nicht sagen. Bist du behindert, Bruder. Hä? What? Ist der doof. Der ist so doof. Wer los? Der Wiggels ist mein bestes Freund. Oh, ich will dich wieder sehen. Geht raus und nicht zurück. So, ich wüsste nicht, wie ich das habe. Geht raus. Oh, na toll. Geht raus. Oh, wir kriegen nichts. Geht raus. Geht raus. Geht raus. Na ja, kein Wunder. Tja, und weg ist sie. Ja und? Jo. Wir haben ja sehr viel erreicht, muss ich sagen. Ja, wow. Äh, ja. Und du? Ja? Haben wir immer noch das Loch in der Gummipuppen? Ja. Wir haben immer noch das Loch. Warte mal, ich fahr mal nach oben. Vielleicht will er ja jetzt ein bisschen mit der Gummipuppe sich vergnügen. Weil er jetzt ziemlich genervt ist oder so. Wir brauchen noch ein kleines Schlüssel. Ja, aber woher? Woher? Oh, da müssen wir vielleicht gar nicht links rein. Oh nein, jetzt ist er wieder raus. So ein trotteliges Trottelding. Ich geh jetzt mal ins Schlafzimmer. Vielleicht ist ja dort noch was. Kann doch nicht sein. Okay, ich geh mich wieder suiziden und flieg wieder rüber. Echt jetzt? Ich hab keine Ahnung, was ist denn die Gummipuppen? Wieso will der da nicht rein? Die Schranktür. Ja, schade, dass da nicht irgendwie Kleber oder irgendwas ist. Schauen wir mal da. Ne. Ey, keine Ahnung. Bist du jetzt rausgegangen? Ja, ich stürze schon wieder auf. Ja, das wird nicht so einfach gehen. So, was brauchen wir jetzt? Können wir mit irgendeinem... Ne. Mit irgendeinem Alkohol oder sowas können wir das Loch jetzt auch nicht wirklich zumachen. Ach, Friends, Alter. Ich stehe echt richtig an. Wie wär's, wenn wir jetzt noch mal reingehen zu den zwei Leuten, die da geredet haben? Oder der eine da, Komiker oder so? Dann sollen wir ihm die Gummipuppen geben oder was? Wusste nicht. Aber schau mal, hier sind Kerzen. Wenn man Gummi doch... ...warm macht, dann schmilzt es doch. Schmilzt es, ja? Ja, ein bisschen. Also nicht schmelzen, sondern das wird halt so... So, wenn man es zuschmelzen... Ja, wo sind da Kerzen? Im Schlafzimmer oder was? Nein, unten, wo der da so labert. Ach so, ja. Können wir mal probieren. Man, der redet so viel. Die Frau ist so weit. Was? Nicht angucken, vielleicht brauchst du das noch. Die Ballon ist eben mal auf der Bühne. Wie? Ihn? Echt? Behalt den mal schon. Mach das Sinnvolles damit, bitte. Mann, der redet so viel. Da kann man nichts machen, wenn er redet. Mein Vater. Sir, no throwing things at Chaz. Have some basic youkodakses, which remind... Aha. Ja, nee, hier gibt's nichts. Die Luftballons können wir auch nicht nehmen. Okay, die Ballons können wir auch nicht nehmen, weil die total scheiße sind und nicht brauchbar. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Da ist jetzt wer andere drauf. Auf der Bühne. Nein. Doch, doch, Frau, Frau. Was? Warum ist bei dir eine Frau? Ja, die Frau ist zugange mit dem Fröschen und jetzt ist sie da. Ach, ist er dann selber weggegangen oder was? Müssen wir so lange warten? Ui, das wird jetzt aufs Dauern. Nun, schon neuer, Alter. Wie lange ist denn das Spiel? Wann geht denn der? Also, dann warten wir halt. Weil bei mir sind immer noch die zwei da. Also, der eine Komiker da, der total schlecht ist. Boah, der ist. Er setzt sich! Was? Ja, du kannst dich hinsetzen. Sir, sir. Ich sitze hinten jetzt. Gut, warten wir, bis jemand anders kommt. Oh, ich, yeah, Baby, habe ich bekommen, weil ich mich hingesetzt habe. Ich muss einfach auf den Stuhl mit der Hand draufgehen. Ja, jetzt? Keine Ahnung, du hast gesagt, da kommt irgendeine Frau. Bei mir ist keine. Ja, bei mir sieht es ja schon die ganze Zeit. Wie viele Punkte hast du eigentlich? Ich habe 16.000. 15.700. Was? Ja, keine Ahnung, wir spielen parallel, gell? Warum habe ich mehr als du? 300 Punkte aufs Meer, keine Ahnung. Nee, du hast wie viel? Achso. Das ist total egal, weil jetzt ist der komische Clown wieder da. Okay, weil bei mir kommt keine. Warte. Geh mal. Nee, scheiße, auf, geh mal. Doch, das fühlt sich so lange. Warte mal, aber da ist ein... Warte mal, da ist ein Fuchsküchen. Ja schon, aber wie willst du das nehmen? Speaking of which, I saw this woman changing her kids' diaper for the marketing today. Oh, I'm happy. Now you see, you could conceivably have got... Everywhere coming out the sides, the top. I said, that doesn't go on a chair, but it stays and you have changed this diaper days a hell of a day. Nee, geht nicht. Ja, dann geh wieder raus. Thank you. Du bist gar nicht witzig, Mann. So, was wollen wir jetzt machen? Boah, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht die Oma fragen? Vielleicht hat sie ein Kaugummi oder so? Ich frage jetzt mal die Oma mit der Brille. Verpiss dich, Loser, sagt sie zu mir. Wow. Sehr nett, die Frau. Kannst du mal wieder funktionieren, du fucking Cursor, bitte. Fick dich. Geht nicht, oder was? Ah, weil... Weil behindert. Ich brauche ein Kaugummi oder so. Können wir kein Kaugummi im Ding Shop kaufen? Ich glaube, wir müssen zum Shop. Wir brauchen irgendwas, damit wir die Zamm flicken können. Geht's jetzt wieder bei dir? Mhm. Gut. Dann geh mal raus und fahren zum Shop, okay? Also, ich ruf schon mal Taxi. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, on the way. Wenn sie... Hast du schon mal probiert, die Gummipuppe bei dem Lüstling da geben, da die Blonde anschaut? Nee. Ich dachte, funktioniert das ja. Oh, nein. Jetzt fahre ich noch mal dahin und tue bestimmt noch mal nett im Ernst. Der will Geld dafür, dass er mich einmal rumherum gefahren hat. Oh, was sieht das blöd aus? Ist die verdruckt, oder was? Nee, ich habe gedacht, der kann wieder einfach normal aussteigen, weil ich es auch probieren wollte mit der Puppe. Nein, das bringt nichts. Das hättest du mich machen lassen können, wenn es funktioniert hat. Du, wie wäre es, wenn... Geh mal kurz darüber. Also, ruf nur nicht Taxi, sondern geh rüber auf die andere Seite. Da, wo der eine... Ja, ich muss jetzt rüberfahren, weil ich bin schon im Taxi jetzt. Ach so, Moment, dann schau ich mal hier nach. Vielleicht hat der ja irgendwas. Okay, man ist kommen, go. Ich bin... Was machst du denn? Nee, geht nicht. Ja, gut, dann... Ohne schon mal ein Taxi! Verdammte Scheiße! Ich glaube, wir sind nicht so weit weg. Aber wo ist denn der Scheiß, Mann? Ey, Bruder, ohne Scheiß. Unter weicher Asphalt. Lecker. 22, nee, ist klar. Hier. Du Abzocker. Kerl, heute die Kohle. Ja, voll. Bist du schon in Come and Go drin? We're coming, come and go! Ich kaufe mir mal, weil ich schon da bin. Mach das, mach das! So, was könnte man hier kaufen? Box. Hm. Das Canningum nimmt das sowieso nicht. Die Würstchen. Dörrfleisch-Snacks. Kaffee? Nein. Milch? Wein auch nicht, das ist ja klar. Ach, Leute. Süßigkeiten. Mach mal die Liste, rede bitte auf die Gummipuckwut und lies laut vor. Hab ich schon vorgemacht, hast du aber, glaube ich, gar nicht gelesen. Verstörende, betörende Duftnote, Vinyl-Arsch. Hm? Nee, aber ich, äh, wüsste jetzt gerne, was wir jetzt brauchen. Reden wir mal mit dem Apu. Ja, der redet ja nicht der Apu. Apu ist ein Spaß. Das ist aber nicht so ein toller Apu. Ja, dann gibt's hier auch nichts, ne? Ist so richtig assozial. Gibt's hier nicht irgendwo einen Kaugummi, der einfach so rumliegt? Wäre doch cool. Was? Das ist eine Mikrowelle. Ja, ach so, du meinst das Ding da reinpacken, oder was? Ich glaube, ja, es funktioniert nicht. Was ist denn die Möglichkeit? Wie kann man so laut fehlen, wie wir? Geh mal raus. Bier! Hm. Ja. Aber Bier klebt ja nicht. Ja, ich weiß. Aber ein Kaugummi würde kleben. Wo sind verdammt... Aber hat der Spaß und Korn? Ja, weil der doof ist. Warum hat der kein Kaugummi? Ich geh jetzt mal da rüber. Muss doch irgendwie gehen. Ich lasse mich jetzt zusammenschlagen. Was? Ist irgendeiner Action in der Folge passiert? Warte mal, wenn ich rübergehe zum Club 69, da kommt der... Wir haben dem doch das Ding gegeben, Wein. Vielleicht hat der vielleicht irgendwas für uns? Kaugummi oder sowas? Okay, nein. Vielleicht geben wir ihm die Puppe. Der Türsteher? Geh mir da von... Okay, ich geh jetzt in Club 69 nochmal rein und schau mal dort nochmal nach. Und jetzt schreiß ich dann zusammen in den... fucking... in dem... was das eigentlich soll. Jetzt ist ein fucking... Ha! Shalom! So ein Arschloch, wa? Der soll uns gefälligst sagen, wie man die repariert. So. Jetzt Maul. Türsteher. Jetzt ist Schluss mit lustig da. Irgendeine Frau von denen? Ha! Übrigens, der eine ist ausgebrochen. Rechts. Der getanzt hat. Der ist ja gar nicht mehr da. Kann man vielleicht jetzt darüber laufen? Das wär's jetzt eh. Nee, geht nicht. Kaugummi irgendwo? Kippen. Bier kann ich nicht nehmen. Auch nicht. Nee, ich find echt gar nichts. Die Lampe, wenn man anfasst. Okay, nee, hier gibt's auch nichts. Kann man mit der reden? Niemand kann deinen Gewinn zu hören. Okay. Oh Gott, wie die reden. Okay, das ist ziemlich sinnlos da, glaube ich. Ja, ist es auch. Nee, die wollen nichts sagen. Wobei, die Schwarze vielleicht noch? Wann du den Penner vielleicht? Also der, was vor... 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 die Tür liegt, wenn es zu dämmen vielleicht? Weiß ich eben nicht. Warte mal, lagen da nicht irgendwelche Zeitungen am Klo, die verklebt wurden? Oh Gott, jetzt muss ich wieder dorthin fahren. Ja, was müssen wir machen? Ich wüsste nicht, wohin sonst... Ja, dann fahren wir dorthin und dann müssen wir sowieso die Folge beenden. Ja, das ging sehr schnell jetzt, Mensch. Und wir haben nichts... Nüchternheits-Test 2, Drinks Minimum. Minus 2. Ja, 22. Oh, Glizzerienfabrik, bitte leise fahren. Der Hund ist da ja, hey, bist du wahnsinnig? Ich hab das nicht gesehen. So, gut, dann gehen wir jetzt mal hinten rein, schauen wir mal. Hinten rein, hat sie gesagt. Jaja, ich stinke, ich weiß, Doofnuss. So, was war dann hier jetzt verklebt? Schauen wir mal. Nehmen wir mal die Puppe. Nein. Das liegt doch neu, so da. Nein. Die Ketchupflasche da bei ihm? Ist die neu? Ne, die war schon vorher, glaube ich. Aber das ist keine Ketchupflasche, das ist... Okay, nichts geht. Ist ja echt ne Fisch. Gehen wir wieder raus. Also im Bad gibt's nichts. Ja, ich weiß, ich stinke wie immer. Ne, die Flasche. Hey, don't touch your merchandise. He must have an interesting past. Ne, gibt's nichts. Wir waren natürlich bei dem privaten Ding auch noch nicht, ne? Hinten. Der will da auch nicht wirklich rein. Okay, dann stehen wir hier. Bist du gerade noch was am Schauen? Ja. Ja, wo denn? Ja, aber ich weiß nicht alles nicht, was ich mir da denke. Ich bin gepreschief. Und wie wär's mit... Das können wir dann bei der nächsten Folge nachschauen. Vielleicht in dem Schrank, wo das Sexspielzeug ist, dass da vielleicht irgendwas ist. Irgendwas Latexmäßiges oder so. Keine Ahnung. Das können wir schauen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir enden mal hier die Folge. Und wir sehen uns bei der nächsten Tutu. Oder doch nicht Tutu. Ja? Ja? Vielleicht hab ich's jetzt. Wie du hast es. Die Gummipuppen auf dem Boden. Weil der ist schmutzig und verklebt. Und wo? Ja, da beim Penner. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay, das versuchen wir jetzt noch schnell, Leute. Nein. Oder? Wir sind dumm, Alter. Weißt du, warum? Hä? Warum? Da steht ja in ihre beiden auffälligen Merkmale gebissen. Und wenn du die Puppe anschaust im Koffer, dann siehst du, dass die Nippel weg sind. Wir brauchen einen Satz für die Nippel. Ein Apfel. Ja, okay. Aber das werden wir jetzt hier eh nicht rausfinden. Deswegen, wie schon gerade eben gesagt, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye.